Die meisten von uns, die in diesem Self-Improvement-Kosmos drin sind, die wissen genau, was sie tun müssen, um an ihre Ziele zu kommen, um selber zu wachsen und erfolgreich zu werden. Das ist nicht das erste und nicht das letzte Video, was du über Self-Improvement anschaust. Aber genauso wie wir wissen, was wir tun müssen, tun wir es einfach nicht. Und der Grund dafür ist meistens nicht fehlende Motivation. Ich glaube, jeder, der sich diese Videos anschaut, hat genug Motivation dazu, seine Ziele zu erreichen. Warum es uns so schwerfällt, das zu machen, was wir machen müssen, obwohl wir genau darüber Bescheid wissen, obwohl wir die Theorie schon in hunderten YouTube-Videos angeschaut haben, vielleicht sogar Bücher darüber gelesen haben. Warum wir es einfach nicht schaffen, ist hier oben, unser völlig untrainiertes Gehirn, unser völlig benebeltes Gehirn. Das Gehirn ist so wie jeder Muskel, den du hast. Es muss trainiert werden, es muss benutzt werden. Und der Großteil der Bevölkerung hat noch nie meditiert und findet es vielleicht sogar komisch oder cringe und belächelt dich dafür. Obwohl es genau die Übung ist, die Klarheit und Struktur in dein Leben bringt, die wieder Kontrolle über dich und deine Gedanken, deinen Kopf und dein Leben in dein Leben bringt, Meditation ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Grundlagen von Self-Improvement. Und genauso wie bei allen anderen Sachen, die Erfolg bringen, die dementsprechend hart sind, ist die Konstanz, mit der wir es machen, das Ausschlaggebende. Wir wollen die positiven Seiten, die Meditation hat. Unser Leben lang genießen. Also müssen wir unser Leben lang meditieren. Visualisiert das mal kurz. Stellt euch vor, ihr sitzt in 30 Jahren in eurem Haus am See. Ihr habt alles erreicht, was ihr erreichen wollt. Ihr fahrt euer Traumauto. Euer Haus ist wunderschön. Zwei kleine Kinder spielen im Garten. Und ihr steht jeden einzelnen Tag auf und meditiert erst mal frühes 5 bis 10 Minuten. Jeden Tag. In 30 Jahren, in 40 Jahren, in 50 Jahren. Das soll keine harte Aufgabe sein, die wir jeden Tag überwinden müssen. Das soll genauso sein wie Zähneputzen oder sogar noch viel positiver, weil es uns ein unfassbar positives und schönes Gefühl gibt, sag ich mal. Viele haben noch nie probiert zu meditieren, wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Wo soll ich meditieren? Soll ich mich hinsetzen? Soll ich mich hinlegen? Was soll ich machen dabei? Soll ich nachdenken? Zur Meditation gehört nicht viel und ich kann euch die paar Grundlagen sagen, die wirklich wichtig sind. Erstmal ist es eigentlich ziemlich egal, wo du meditierst. Es wird empfohlen, im Sitzen zu meditieren, in einem Schneidersitz mit geradem Rücken, weil du dort einfach am klarsten denken kannst. Wenn du im Liegen im Bett meditierst, ist die Gefahr hoch, dass du müde wirst, dass du einschläfst, dass du schneller abschweifst und so weiter. Du kannst auch im Stehen meditieren, ist aber halt nicht so bequem. Also ich würde auf jeden Fall sagen, im Sitzen, im Schneidersitz. Was man während dem Meditieren macht, ist sehr, sehr simpel. Wir versuchen nicht, nichts zu machen. Wir versuchen nicht, intensiv nachzudenken und unsere Probleme zu lösen. Wir versuchen uns, auf einen Anker zu konzentrieren. Und im meisten Fall ist es der Atem. Die Atembewegung, das Geräusch vom Atmen, das Gefühl an der Nase vom Atmen. Egal, man kann sich eins aussuchen. Ich nehme meistens das Gefühl an der Nase vom Atmen. Und auf diesen Anker konzentrieren wir uns. Und wir versuchen, nur bei dieser einen Sache zu bleiben. Das können auch Geräusche sein oder vielleicht irgendwas, was man sieht. Ich meditiere eigentlich mit geschlossenen Augen. Aber es kann eigentlich alles sein. Ein Sinneseindruck, bei dem wir konzentriert bleiben. Und es wird Folgendes passieren, wenn man sich hinsetzt zum Meditieren. Man setzt sich hin. Man konzentriert sich zwei, drei, vier, fünf Sekunden vielleicht auf diesen einen Anker. Und das Gehirn oder der Kopf wird automatisch abschweifen. Es werden automatisch irgendwelche Gedanken in den Kopf kommen über deinen Tag, über deine Probleme, was auch immer. Irgendwelche Gedanken. Und da kann man auch nicht wirklich viel dagegen tun am Anfang. Wenn man länger meditiert, einige Wochen, einige Monate, wird dieses Abschweifen natürlich weniger werden. Dafür machen wir es ja im Endeffekt. Wenn wir also von diesem Anker abschweifen, dann ist die einzige Aufgabe, die wir haben, uns wieder zurück zum Anker zu führen. Das heißt, wir merken, wir schweifen ab. Und an diesem Punkt ist es wichtig, dass wir uns kommentarlos zum Anker zurückführen. Das heißt, wir bewerten das Abschweifen nicht, weder positiv noch negativ. Und wir haben keine Gefühle dazu. Das heißt, ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder abgeschweift, ist der falsche Weg. Wir kommen einfach zurück zum Anker, ohne die ganze Situation zu bewerten. Und das machen wir immer und immer wieder. Für am Anfang zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, bis man nicht mehr still sitzen kann, sag ich mal. Wenn du am Anfang nur zwei Minuten meditierst, ist das vollkommen ausreichend und ein guter Start. Keiner erwartet, dass du dich eine halbe Stunde hinsetzt und nicht einmal abschweifst. Das geht nicht, das ist unmöglich. Wenn wir dann fertig sind mit dem Meditieren, sagen wir mal, wir haben mit geschlossenen Augen meditiert, dann öffnen wir die Augen langsam und bleiben noch 30, 40 Sekunden oder eine Minute einfach sitzen, ohne uns zu bewegen und lassen dieses Gefühl, was wir jetzt haben, was eine unfassbare Ruhe sein sollte, was sich unfassbar gut anfühlt, das lassen wir einfach noch ein bisschen nachwirken, für eine halbe Minute, für eine Minute. Und was Meditation langfristig macht, ist, dass wir dieses Gefühl auch in den Alltag mit hineintragen, auch ohne Meditation. Und dass wir auch im Alltag präsenter werden. Das heißt, dass wir im Alltag mehr im Hier und Jetzt sind und weniger in unseren Tagträumen, in unseren Gedanken, die die ganze Zeit vor sich hin laufen. Dass wir, wie gesagt, auch im Alltag öfters mal darauf aufmerksam werden, ganz automatisch, oh, ich war gerade wieder am Tagträumen, ich versuche mich jetzt mal ein paar Sekunden auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, auf die Geräusche, die hier sind oder auf das, was einfach jetzt gerade passiert, einfach präsent wahrzunehmen und da zu sein. Und langfristig bringt es unsere Gedanken unter Kontrolle, darüber, dass wir die Entscheidungen treffen können, wenn wir zum Beispiel wieder vor der Entscheidung stehen, bleibe ich im Bett liegen oder gehe ich ins Fitnessstudio, dass wir die Entscheidung treffen und nicht unser untrainiertes Gehirn, was nur nach Dopamin und Faulheit sucht und dass wir somit unseren Zielen näher kommen. Das ist das, was Meditation macht. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Probiert es unbedingt aus. Es ist eine der wichtigsten Sachen, die es in Self-Improvement gibt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hab euch lieb. Und wir sehen uns im nächsten Video.